Und, naja, da sind aber auch ein paar Berge drin. 2, 1, los! Oh, ich hab' den Cockpit, wie geil! Alter! Alter, wer ist denn da weggeflogen, Kirche? Ich fliege in der Luft, ich hab' ... Ach, das ist dieser kleine Startpark! Nee, er ist nicht weggeflogen, du, er ist richtig weggeschossen vom Start! Das ist dieser Startpark! Aber, nee, da fliegst du doch ein bisschen hoch. Was war das denn? Alter! Das sah richtig merkwürdig aus, ey. Um das zu beheben, beim Start waren wir so ein bisschen eingelenkt.